Ja hallo, grüß euch. Heute ist Sonntag, der 2. August und ich bin hier in meinem Zelt und bin hier auf einem Bauernhof gelandet, hier direkt an der Grenze, wo ich einfach heute Abend nachgefragt habe, ob sie vielleicht noch eine Kleinigkeit für mich zu essen hätten und einen Platz, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Die beiden, die das betreiben, waren total nett, haben mich zum Essen eingeladen und mir einen guten Zeltplatz gegeben. Ich bin jetzt hier direkt zwischen den Schweinekoppeln und Ziegen und was weiß ich was, Hühnern und Katzen und ganz viele Naturgeräusche, die jetzt natürlich auch hier sind. Also schon klasse, toll jetzt hier mal so zwischen den Tieren zu sein. Ganz neue Erfahrung für mich. Ja, mir geht es super gut. Ich habe ja die letzte Nacht in einer Pension geschlafen. Das war echt klasse. Das war schön, mal wieder im Bett zu schlafen, vor allen Dingen nach den kalten Nächten. Und jetzt soll es aber langsam wärmer werden und ich rechne heute Nacht nicht mehr mit diesen kalten Temperaturen, sondern es soll, also ich glaube, bis auf 8 Grad vielleicht runtergehen, aber nicht mehr so kalt wie in den letzten Tagen. Ja, mir geht es echt klasse. Ich bin jetzt auf vielleicht meiner nächsten Entwicklungsstufe, wo es darum geht, einfach mal zu schauen, was will ich denn leben? Was ist denn eigentlich das, was ich machen möchte? Was ist meine Vision noch von dem, was mir noch an Lebenszeit bleibt? Womit möchte ich das verbringen? Was möchte ich beruflich machen? Ist das, was ich jetzt tue, was ich auch vom Herzen gerne mache? Ist es weiterhin der Weg? Oder möchte ich etwas anderes machen? Schlägt mein Herz eher für das, was ich ansonsten an Ausbildung habe als Heilpraktiker oder als Mediator und Coach? Ich bin so der Meinung momentan, es gibt kein Entweder-Oder, sondern ich suche das Und, diese Verbindung, das, was mein Herz erfüllt und das, was ich einfach gerne in der nächsten Zeit machen möchte. Damit werde ich jetzt die nächste Zeit gehen. Okay, ihr Lieben, bis bald. Das war es hier aus dem Zelt Ost vom Bauernhof. Macht's gut. Ciao.